Es ist nämlich scheinbar. Wieder kommen die Folge an. Werden schon? Okay, okay. Siehste, Stefan spielt Musik, ja? Hier in the boring room. Just another day I'm staying after me. This is my time again, nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving around and I'm driving too far. I like to change the control point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. And I wonder why. I wonder why. I wonder why. Yesterday we talked about the blue blue sky. And that's all that happens. And that's all that happens. Through the middle of the lane. Tomorrow, after the day I'm sitting up here. And that's all that happens, I don't know why. Musik 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 Meine Damen! Hast du irgendwas von BLAB am 16? Nein, leider nein. Das ist mir schade. Aber die Kinder können wir noch mal spielen. Was? Aber die Kinder können wir noch mal spielen. Ich bin Juno. Nein, ja. Kannst du ihn singen? Ich denke schon. Ich komme in den Text. Passt schon. Nils, Nils, Nils! Nils! Wurde gesagt, du willst die Gitarre spielen? Ja, Nils! Nils! Wir kommen jetzt noch mal der Wan da und auf. Oder? Ja, wir kommen jetzt auch mal auf. Und ich bin gern mit der Jungle, aber ich bekomme kosten. Inche kannst du eh gar nicht die Dame. Ich habe noch die chlorine. Abgehauen! Abgehauen! Malmunter Quellen hier해� zum Epo Gnension! Oh! Quatsch! Gar nicht, ich singe. Komm mal! Der Panfalaoge fließt den Stück da verloren. Musiker habituell, ne? Aber der hat längst noch erzählt. Hey! Okay, jetzt geht's ein, glaube ich, immer gut. Nein, nein, nein. Ja! Ja, das ist so wichtig. Was ist schon los? Ja! Willens, bitte an die Kompfelfahrer. Hallo! Gib mir doch die Kompfelfahrer jetzt. Ich muss noch die Kompfelfahrer. Willens! Jetzt kommen wir erst mal 1, 2, 3 Du stehst aus. Jetzt kommen wir erst mal So und dann beenden wir den Abendabendabend. Ja, ja. Ich muss irgendwann mal die Gitarre einfach nach Hause feiern. Stefan, ja komm, stell dich mal nicht so an. I'm deeply sorry, aber ich glaube die Leute müssen auch nach Hause gehen. Z.B. vor allem die Menschen in den Tresen. Es ist gerade nach Hause. Es ist erst, ich will nicht, du hast lange Feierabend. Na und? Ich muss morgen schon mal ein Ding spielen. Na komm, dann komm. Jetzt geht's schon los. Also einmal hier aufgehen. Ja. Ja. Siehst du noch nicht? Ja, ich kann mich nicht reinsetzen. Aha. I did my best to notice Before I came down to life I'm on the platform of surrender But I loved when I was kind Sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart You cut the cord Are we human? Oh min? Can I be an open door That's the answer Four o'clock in the morning Or when I was kind Of my friends Oh min? I will do Yeah Kill it Oh min? Ja, da war es schon sehr, sehr gut. Ja, das war schon so. Looking for the Esther, are we human, are we dead, sir? Let the system be all eyes, for the moon, and we are all together. Let me live in the streets, I am, you let me know, it's not what you're breathing, are we human? Let me show you again. Oh, we dance, I am, you let me know, 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 we are all together, are we human, are we dead, sir? I am, you let me know, 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 we are all together, are we dead, sir? Wunderschön. Komm, nix falsch, nix falsch. Ey, dieser Abend, an diesem Abend, das muss ich mal allen sagen, die hier sind, da geht's nicht um gute Musik oder so. Das könnt ihr haben, wenn hier Bands ein Konzert spielen, die sich da auch vorbereitet haben oder so. Hier geht's genau darum, dass Menschen wie du das Mikrofon in die Hand nehmen, verdammt, nochmal. Und allein, dass du den Mut hast, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, da rein zu singen, dass ein verdammt Applaus wert. So, die paar Leute, die da sind, mach jetzt auch Applaus, mach ihr auf euren Abend und fangt alle anderen, die hier mit dem Mikrofon in die Hand packen. So, genau so läuft das nämlich, wenn Bands hier Konzerte spielen, dann kommt ihr wieder, und wenn die dann so singen wie wir, dann budet ihr sie aus. Nein, aber der traube Tommy hier, der Zeppelin-Tommy jetzt, der bucht ja nur geile Bands hier her. Das ist ja alles. Na, ihr kommt ja auch bald. Naja, das hat damit nichts zu tun. Das kommt ja ein bisschen Eigenwerbung, weil das sind die Jungs, die hier bald wieder auf der Bühne stehen, bei hier in Norden auf der Norden. Und darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Das ist schön, ich freue mich. So, meine Damen und Herren, gute Nacht in diesem Sinne. Jetzt noch ein bisschen zu viel Musik und dann geht's nach Hause. Fertig.